Musik 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 Ja, da liegen deine Waffen wo. Ja, da kommt er wieder, der Schnorrer, ey. Meine. Ich glaube, die willst du sowieso nicht haben. Meine ist ziemlich cool. Ja, toll, die ist weg. Oh, nee, ey. Ich kann heulen. Ich bin so... Ich hole mir jetzt auch keine neue, ey. Ich spare die ganze Zeit schon auf die 12.000er Sniper. Increased Fires. Double Clip Size, das ist geil. Okay, wo kann man das umstellen mit dem Auto? Beagle Control, ah, Maus... Ah, ja. Alter, die Upgrades sind ja wohl mal ultra geil. Welche? Ja, alle. Nimm mich mal mit. Ja, sieh ich auch. Ich habe gerade eine richtig geile Sniper mit doppeltem Magazin. Und schneller schießen. Wie Geld hattest du denn? Viel. Ich habe... Ich komme mit der Waffe ganz gut klar, die ich mir drin gekauft habe. Also irgendwie... Er nimmt meine... Einstellungen nicht an. Welche Einstellungen? Die mit Tastaturlenkung. Du musst aber auf jeden Fall fühlen können. Okay... Du... Da, wo Outpost steht. Haben wir kein Auto mehr? Doch. Da sind Essie und ich gerade mit unterwegs. Ich sehe Dinos. Ich sehe Jens. Super wild ey. Boah, f*** dich. Alter, wenn ihr die Sounds voll mit Krabber hören würdet, ne? Doppelkirch, Triplekin, Bring me some Pizza. Haha, Bring me some Pizza. Das ist immer noch das Geilste ey. Aber es so schnell geht das. Boah, Alter, der hat sich ein Baum aufgehangen ey. Boah, das ist ja wohl richtig Hammer. Ey, hier ist ein Panzer. Leute, hier ist ein Panzer. Ja, Bring mit. Boah, wie geil. Hehehe. Ja, den muss man wieder mit Tastatur steuern ey. Ja, der steuert sich so kacke. Ach, der Panzer, ja. Warte, Essie nehme ich mit. Danke. Aber der hat, der hat dicken Schaden, Alter. Dann ballerst ein paar mal auf die Bosse rauf. Aber der ist so kacke zu lenken. Ja, nah obwohl es geht? Kannstatur halten. Ich find das hier sinnvoll. Ja ich find das, überhaupt kein Problem. Bahaha. können sie eine Barriere bauen mit ganz vielen Panzern hier oben ich bin bei dir mit drin ach genau der hat noch so eine MG oben drauf du warst gar nicht drin sag mal wie viele Waves gibt es eigentlich bis man stirbt oder was ich glaube ja ach genau Survive Mode deswegen haben wir das nie geschafft gesellschaft ganz ja nur verlieren wirklich Hinter dir, Juli, aber ich guck's gut. Ja, da. Nein, Sekunde zu spät, ey. Ja. Ja, diese Fliegefliecher, ey. Ja. Die Pfeil liegt da auch noch. Bitte nochmal einer, jemand sterben, dann kriegen wir auch die Fliegefliecher alle. Wuh. Waren das alle, Jungen? Ja. Oh, ich brauch Munition. Ich auch. Und ich kann mir die Sniper jetzt endlich holen, ne? Hä, warum hab ich jetzt einen Sniper? Ja. Hast du dir hier ins Waffe gekreilt? Abstauber? Ja, deine jetzt. Ich hatte ja gar keine mehr. Hast du Sniper ist denn das? Ja. Die XR8? Werde die? Wie? Wie? Ach hier, äh. Wie kommt es weg? Okay. Ja, ich meine. Hier ist die teurer, warum das denn? Ich will noch 700. Verdammt, ich hätte mir mal vielleicht mehr Schaden-Dings für uns auf der Welt kaufen sollen. Ja, ich bin aufgeregt. Also. Bis morgen. Alles klar. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Die Waffe ist ja mal richtig kacke. Bis morgen. Bis morgen. Guck mal. Ja, bitte. Bis morgen. Ohne. Guck mal. Ohne. Ja. Was? Ne, ich hab ihn. Hinter mir, hinter mir Jens! Ne, hinter mir, hinter mir! Da! Hilfe! Diese Fliegerpücher sind ja mit mir. Vor allem, jetzt sind es so viele jetzt inzwischen. Ja. Überall keine Munition drin. Stimmt! Wo ist er denn? Ach da unten! Hä? Ist ja irgendwo eine coolere Waffe noch. Vielleicht die von er sieht. Das ist ja auch die gleiche hier. Ich hol mir mal den letzten Dino schnell. Der ist hier unten festgepackt. Ich geh schon mal Richtung, Richtung. Hä? Ey Leute, irgendwie buckt das Game bei mir grad rum. Ich kann den nicht beschießen, Alter. Ich komm schon. Was ist das denn für eine Scheiße gewesen? Lass mal Daddy da ran, ja? Mach mal Pause. Das geht wirklich nicht. Ich verliere keine Muni und das macht so ein Maschinengewehr-Sound, obwohl ich eine Pistole in der Hand hab. Mach mal einen Relog. Ne, ich hol mir gleich eine andere Waffe, dann wird das schon gehen. Außer für mich zwei Pistolen jetzt. Hä? Ich hol mir jetzt erstmal das Upgrade gleich, dass ich mehr Schaden mache, dann hab ich alle Upgrades gekauft. Verdammt, ich brauch Geld. Wie viel habt ihr gekillt jetzt? Äh, 100 genau. 178. Leute! Ich bin bei 45. Was geht denn bei euch, Mann? Aber ich muss dazu sagen, ich mach das ohne Auto. Ich hab noch gar kein Auto gehabt. Hä, hier ist doch irgendwo wieder... Ah, bei mir. Wegen mehr Schaden, Alter. Wave 9, cool. Oh, 9 schon, perfekt. Boah, Alter! Hat jemand einen dicken Granatenwerfer? Ne, aber jetzt hat er einen Panzer. Das ist gut. Denk mal an die Granaten, wenn die Viecher kommen. Wir sind schon da. Ja. Oh, was? Alter. Noch einer. Fuck, ich bin down. Was geht denn? Wo bist du? Ich bin... Ne, komplett. Komplett weg. Down. Tot. Lol, wieso das denn? Ja, der hat mich mit dem Stein beworfen, der T-Rex. Und dann... Alter, was geht denn, ey? Oh Mann, ich hatte alle Upgrades, ey. Die bringen dir auch nichts, wenn du dich von Stein treffen lässt. Das sieht ja nicht gut aus, irgendwie. Danke. Danke. Denk an die Granaten, denk an die Granaten, was? Bring me some pizza. Hinter dir? Ja, ich muss erstmal heilen, ne? Zu spät, hab ich. Alter, Jens geht auf die kleinen Fischer, ne? Und mit dem Panzer, also voll unfair. Ja, es ist voll cheating, ne? Der haut dir alles weg. Ich hab die großen aber auch alle vier down gemacht, also bitte. Aber der Panzer ist so ultra, oder was? Ja. Du hältst gegen die Fliegeviecher hier fest. Oh Gott, diese Fliegeviecher gehen echt so gar nicht. Ja. Munition leer. Ja. Ja, ich bin wieder da. Ja, ich brauch sofort ne Munition. Ich auch. Oh, ich kann mir das nächste Update holen. Ja. Der T-Rex ist voller Arschlochbino, ey. Ja. Mit den Steinen, ne? Ja. 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 Ja, gerade als er geschmissen hat, war ich am Nachladen. Ja, ich war mir nicht sicher, inwiefern der mich da trifft und inwieviel Schaden ich nehme und so. Ja. Äh, lass mal gleich auf den Panzer rauf. Ich will nur kurz gucken, ob ich meine Upgrades behalten hab. Aber natürlich nicht, ey. Scheiße. Verliert man die immer wieder? Äh, ich bin grad gestorben, dementsprechend denk ich ja. Man kann sich Smoke Grenades holen? Ja. Wie kann ich denn eine Shock Grenade annehmen? Ich hab noch nicht verstanden, wie man unterschiedliche Granaten öffnen kann. Da ist noch einen. Ja, das hab ich auch noch nicht verstanden. Aber jetzt fühlt die Wumme sich voll schwach an, ne? Ey, wenn du dir zwei Upgrades geholt hast, dann musst du dir 10.000 schon für Upgrades ausgegeben haben. Ich hab mir alle vier gekauft. Wo hast du so viel Geld her? Ja, wenn man viel Schaden macht, kriegt man viel Kohle, ne? Sehr gut. Soll ich jetzt lachen oder weinen? Beides. Da du noch mit Pistolen schießt, er weint. Ich hab schon ne Standard Waffe. Ja, ne Pistole. Ja, ne Pistole. Erstaunend. Ja. Ich glaub, ich hol mir für meine gleich nochmal doppelt Damage. Obwohl, wenn ich die ganze Zeit mit dem Panzer fahr, kriegst du das doch. Naja, okay. Ich hab voll den Bug, Alter. Ich seh meine Pistole gar nicht. Guck mal, ich kann mit den Fingern schießen. Pew, pew, pew. Das war bei Jens auf dem Panzerraum. Ja, Mann. Hättet ihr gedacht. Und... Hö, 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 hö. Hier steht keiner auf. Hö, hö, hö. Hö, hö, hö. Hö, hö, hö. Schuss mich nicht runter mit deinem Rohr. Schuss mich nicht runter mit deinem Rohr. Woll ich dir mal mein Rohr zeigen? Ja, ich will nicht unbedingt heulenvoll lachen. Okay. Ihr und eure Aggression immer. Ruhe da unten. Ha 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 ha. Captain Rohr ausfahren. Irgendwie buckt Freak Zone hier so ein bisschen rum in 7 Meter Entfernung. Ja, ein bisschen ne. So. Big Daddy von links und rechts. Daneben. Ne. Der andere kommt. Aha. Mal kurz n Ausflug gemacht. Der ist gerade gegen den Panzer geflogen. Boah ist das schwierig zu schießen wenn er fährt ey. Halt die Kiste mal ruhig ey. Feuern sie hoch. Einfach nach hinten halten die Knarre. Irgendwann trifft man schon. Boah guck mal was da steht ey. Boah ich will. Boah ich will. Boah ich will auch rein. Boah wie krass. Aber ich will nicht den kaputten Panzer den ausgenutzt. Oh wie cool. Boah ich bin so ein Ding noch nie geflogen. Wie fliegt man denn hoch. Oh da. Leht das ok. Krischi kannst du den Hafen. Ja sehr gerne. Wo bist du? Ich will lieber den Panzer. Warte ich komm hier grad wieder runter. Okay. Wie cool ist das denn? Jetzt sollen die Fliegelfücher mal kommen. Ich regier den Luftraum, Alter. Aber man kann nicht schießen, oder? Ich bin über euch. Doch. Raketen und MG. Alter. Jetzt geht hier Party, ey. Und das sind Zielsuchraketen, ey. Hey, wie kannst du damit denn schießen? Welche Tasten? Aber man kann nicht stehen bleiben, oder? Doch. Doch, weil mit linker Maustaste konnte ich was nicht schießen. Doch, man muss gedrückt halten, dann geht das. Ah, okay. Das ist wie mit der Bumba vom Auto. Alter. Ja, jetzt seid ihr hier oben nicht mehr alleine, ey. Na, die Fliegelfücher nervt mir aber trotzdem richtig. Boah, Alter. Dafür brauchen wir das jetzt aber auch. Wo sind die denn? Ich suche sie. Ich hab das Gefühl, der macht gar... Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Scheiße. Ah, der Monsterkill. Oh, ja. Alter. Generator ist da auch. Aber der macht zwar nicht viel Schaden. Cool. Moni, aus dem Weg. Ich mach das. Der Ends, wo bleibt der Panzer? Ja. Ist in Arbeit. Alter, das Ding macht ja wohl richtig wenig Schaden. Ja, Mann. Einer ist, glaube ich, drin. Boah, der T-Rex fliegt weg. Oh, die sind beide da. Ja. Das macht hier wenig Schaden. Ich komm grad von unten schon hochschießen. Oh, verdammt. Ich dachte, ich war das. Ich hab mich hier schon. Ey, was hier alles im Himmel unterwegs ist, ne? Ja, oh, guck mal, da ist so ein komisches Riesenkongodil. Ich kümmere mich mal um den Generator. Oh, pack, pack, pack. Leute, ich lieg hier, scheiße. Medi, Medi. Wo liegst du? Ich geh runter, ich Medi. Nein, nicht aussteigen. Oh, verdammt. Doch, steig aus. Ja, ich bin schon dabei. Ich versuch grad, zu dir zu laufen. Boah, gerade so, ey. Gerade. Vielen Dank, okay. Ich muss die Generator reparieren. Boah. Alter. Ah, stirb, ey. Irgendwas nervt mich hier beim Reparieren. Ja, ich guck mal. Na, die Fliegeviecher sind das definitiv, oder? Ja, ja, irgendwas. Sehr gut, oder? Oh, Alter, ey. Boah, wo seid ihr denn? Ihr Scheiße. Voll nie, die trifft man auch nicht. Ne, da muss man auf jeden Fall mit rechter Maustaste zielen. Anders ist das unmöglich. Ist der Panzer eigentlich down? Ja. Scheiße. Wie kriegt man denn den Panzer down? Naja, zwei oder drei sind so fett wie so saurig entsteht. Aber hab ich den Heli nicht gut geparkt? Ja. Boah, ich bin ja gleich tot. Hahaha, jetzt. Wenn du Schaden machst, also wenn du down bist und Schaden machst, dann kannst du wieder aufstehen. Oh, nein. Oh, nee. Nein. Oh, Gott. Aber das ist immer gut, wenn einer stimmt, dann hat man Zeitlupe. Dann ist man ganz entspannt. Nein, nein, nein. Uh, wir haben es geschafft, Mann. Ernsthaft? Ja, Mann. Wie geil ist das denn, Mann? Guckt ihr meine Kills an. Wie peinlich. Hahaha. Hahaha. 80, ey. Hahaha. Der Jens betreibt's aber wieder, ey. Mami-Click. Bis zum nächsten Mal.